Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Pressbriefing des Science Media Centers. Mein Name ist Annegret Burkhardt und ich bin Redakteurin für Medizin und Lebenswissenschaften. Das Thema heute ist die kürzlich identifizierte SARS-CoV-2-Variante Omikron, die relativ schnell nach ihrer Entdeckung von der WHO als besorgniserregende Variante ja eingestuft wurde, da sie sehr viele Mutationen hat, vor allem im Spike-Protein, die sowohl einen Einfluss auf die Übertragbarkeit, die Krankheitsschwere, aber auch auf Immunfluchten haben könnte. Und die Sorge, dass die Variante erneut eine Bedrohung darstellen kann, die basierte anfangs ja erst mal zuerst auf diese Analysen der Mutationen. Nun hat sich in der vergangenen Woche aber einiges getan und einige Labore, darunter auch die Arbeitsgruppe von Sandra Zizek, haben gezeigt, dass Omikron tatsächlich deutlich schlechter durch bestehende Antikörpertäter neutralisiert werden kann und dass der Schutz vor einer Infektion mit Omikron bei doppelt Geimpften doch sehr stark abnimmt. Aus anderen europäischen Ländern wissen wir auch, wie zum Beispiel im Verein Königreich oder Dänemark, dass die Variante sich sehr schnell verbreitet und auch deutlich schneller als die Delta-Variante. Und wir möchten jetzt hier heute diese erste Evidenz, die es aus der Wissenschaft zu Omikron gibt, ein bisschen mehr beleuchten und erörtern, inwiefern man jetzt schon auf eine anstehende Ausbreitung auch hier in den deutschsprachigen Regionen reagieren sollte. Und hierfür begrüße ich die heute anwesenden ExpertInnen. Das ist zum einen Prof. Dr. Sandra Zizek. Sie ist Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Weiterhin begrüße ich Prof. Dr. Christoph Neumann-Hevelin. Er ist Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Virusimmunologie an der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikum Freiburg. Und als Dritten im Bunde begrüße ich Prof. Dr. Dirk Brockmann. Er ist Leiter der Gruppe Forschung an komplexen Systemen am Institut für Theoretische Biologie der Humboldt-Universität Berlin und Leiter der Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert-Koch-Institut. Bevor ich loslege, möchte ich direkt mal darauf hinweisen, dass Sie jetzt auch schon Ihre Fragen stellen können im Frage-und-Antwort-Tool. Mein Kollege reicht mir die dann weiter und ich werde sie den ExpertInnen stellen. Ich möchte beginnen mit einer Frage an Herrn Brockmann. Die WHO hat jetzt gesagt, Omikron breitet sich mit einer Geschwindigkeit aus, die wir bisher bei keiner anderen Variante gesehen haben. Und Angaben aus England zufolge verdoppeln sich die Infektionszeit zurzeit dort alle zwei bis drei Tage. Können Sie uns einmal kurz erklären, was das bedeutet und wie sich das auch auf das Infektionsgeschehen hier in der deutschsprachigen Region auswirken könnte? Ja, also diese Verdopplungszeit von zwei bis drei Tagen ist in der Tat eine Geschwindigkeit, die niemand so richtig auf dem Radar hatte, die auch alle sehr stark überrascht hat und zeigt ein bisschen auch, was in dieser Variante dynamisch drin steckt. Also infektionsdynamisch, also wie sich so eine Variante in der Population eben ausbreitet. Das ist ein guter Faktor drei bis vier kürzer in der Verdopplungszeit als die Varianten, die wir bisher kannten. Und naja, eine Verdopplungszeit von zwei bis drei Tagen ist, das ist ja sozusagen die Rat, mit der so ein exponentiales Wachstum dann stattfindet, zeigt halt, wie schnell dieses Virus sich dann in der Population ausbreitet und wie schnell auch sehr, sehr hohe Zahlen erreicht werden können, weil quasi der Widerstand in der Population, in der Wirtspopulation sehr gering ist. Das sind halt sozusagen Zeitskalen, die wir bisher nicht hatten. Und man muss dann eben damit rechnen, das sieht man ja auch in Großbritannien und auch in Dänemark, wie schnell diese Variante sozusagen das Infektionsgeschehen übernehmen kann. Ja, Frau Ziesek, Sie haben vergangene Woche mit Ihrer Arbeitsgruppe Daten präsentiert, die gezeigt haben, dass Omikron eine deutliche Immunflucht zeigt, also zumindest im Laborversuch nur noch sehr hohe Antikörpertiter in der Lage waren, das Virus zu neutralisieren. Meinen Sie, dass diese starke Ausbreitung vielleicht auch mit dieser Immunflucht zusammenhängen kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man unsere Daten anschaut, muss man und auch die anderen Daten, die mittlerweile dazu publiziert worden, muss man immer gucken, welchen Zeitpunkt die Kollegen und wir angeschaut haben. Wir haben ja einmal geschaut bei Personen, die ein halbes Jahr geimpft waren, zweifach, und die letzte Impfung ein halbes Jahr her war. Und da sieht man, dass es kaum mehr einen Schutz vor einer Infektion gibt. Und das heißt natürlich, dass das Virus wieder mehr Wirte findet, die es infizieren kann, wenn der Infektionsschutz nicht mehr da ist. Wenn man sich dann boostern lässt, ist er bei uns nach zwei Wochen wieder deutlich angestiegen, der Schutz auf 58 bis 78 Prozent, je nach Impfstoff. Und dann aber im weiteren Verlauf, wenn Sie dann nach drei Monaten wiederum gucken, dann fällt der Schutz wieder ab vor einer Infektion. Und wir sehen das auch klinisch, dass es doch auch Geboosterte gibt, die eine Infektion haben. Das heißt, das Virus findet einfach wieder mehr Wirte als Delta im Vergleich, wo der Schutz deutlich besser ist. Und Herr Neumann-Hevelin, was bedeutet das so für die Immunantwort? Also die Antikörper, also es gibt einen Schutz vor Infektionen, aber heißt das jetzt auch, wenn man sich als geimpfter Mensch dann wieder aninfiziert, ist man dennoch geschützt vor schweren Krankheitsverläufen? Also da ist wichtig zu sehen, dass die Immunantwort ganz vereinfacht ja tatsächlich aus zwei Pfeilern besteht. Einmal aus den Antikörpern, wo das Virus eben relativ gut entkommen kann, sofern man nicht frisch geboostert ist, wie Frau Brusser-Ziesek gerade erklärt hat. Zum anderen besteht das Immunsystem aber auch aus den sogenannten T-Zellen, die dann, wenn das Virus schon in den Körper eingedrungen ist, wenn es eben doch zur Infektion gekommen ist, die Erkrankung kontrollieren können. Und da ist die gute Nachricht, dass die Mutation, die jetzt bei der Omikron-Variante auftreten, diese T-Zell-Antwort vermutlich nicht wesentlich vermindert. Einfach deshalb, weil die Mutationen eben nicht an den Stellen liegen, wo die T-Zellen das Virus erkennen. Sodass die Hoffnung ist, dass zwar die Infektiosität deutlich gesteigert ist durch die Omikron-Variante, aber durch eine konsequente Impfung, auch Boosterung, schwere Verläufe vermieden werden können. Also ist man als Zweifachgeimpfter, der jetzt noch nicht geboostert ist, trotzdem auch, wenn man nicht mehr so hohe Antikörperziter hat, dann immer noch gegen schwere Verläufe vermutlich geschützt? Ein Stück weit ja, aber dieser Schutz wird natürlich auch besser durch die Boosterungsimpfung. Sie können das vielleicht so ein Stück weit mit so einer mittelalterlichen Stadt vergleichen. Sozusagen der beste Schutz vor dem Eindringling ist, eine möglichst hohe Stadtmauer zu haben. Das wäre eine gute Antikörperantwort, wie sie durch die Boosterung eben jetzt nochmal hergestellt wird. Wenn dann aber doch einzelne Eindringlinge in die Stadt vordringen, dann können dort die T-Zellen als sozusagen Soldaten auch nochmal den Eindringling, das Virus sozusagen bekämpfen und so vor einer schweren Infektion, einer schweren Erkrankung schützen. Ja, dazu passt ja auch direkt eine Frage, die schon reinkommt, dass wohl kürzlich in Südafrika kürzlich erschienene Daten zeigen, dass die BioNTech-Pfizer-Impfung ist und Hospitalisierung nur noch eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Ist das plausibel und gibt es da auch schon Daten zum Boostern? Ja, also das ist ja, die Daten beziehen sich ja auf den Schutz vor schwerer Erkrankung. Das hat ja gerade Herr Neumann-Hevelin ganz gut erklärt, dass der Schutz wahrscheinlich besser ist als vor einer Infektion. Deswegen ist das für mich schon plausibel. Wie gesagt, man muss immer gucken, wie der Abstand zur Impfung ist. Da gibt es dann Unterschiede und Schwankungen, je nachdem, wie lange das her ist. Das muss man bedenken und wie gesagt, wir haben noch keine systematischen Daten jetzt für Deutschland und auch nicht, wie schwer die Erkrankungen sind. Da haben wir eher so anekdotische Berichte von Einzelfällen oder mehreren Fällen, die halt beobachtet wurden, sind zum Teil ja auch erst in der zweiten Krankheitswoche, sodass man gar nicht weiß, wie sich die Infektion entwickelt. Und die sind auch relativ jung. Deswegen kann man noch nicht wirklich sicher etwas zur Krankheitsschwere bei uns sagen. Und wir dürfen uns auch nicht eins zu eins mit Südafrika vergleichen. Die Bevölkerung ist nicht vergleichbar mit der europäischen Bevölkerung. Die sind deutlich jünger im Schnitt. Die haben eine deutlich höhere Infektionsrate gehabt. Das heißt, viele sind schon genesen. Und das ist bei uns ja nicht der Fall. Und deswegen kann man, also gibt es einen gewissen Schutz vor schwerer Erkrankungen, wie das hier in Deutschland sein wird, kann man aber nicht eins zu eins darauf übertragen. Kommen jetzt auch schon erste Fragen zur Ausbreitung. Herr Brockmann, wie gut lässt sich die Ausbreitung in Deutschland denn bisher beurteilen? Reicht der Anteil an Gesamtgenomensequenzierung? Ja, das ist schwierig zu beantworten, die Frage. Also wir haben natürlich die besten Erkenntnisse aus, wenn wir jetzt über die, über prognostisch nachdenken, wie wird sich das jetzt in Deutschland entfalten, können wir, ist es am besten auf UK zu gucken und auf Dänemark, wo ja sozusagen die Sequenzierungssituation besser ist und wo wir somit halt sehr viel mehr so Randbedingungen festlegen können, was auch hier dann zu erwarten ist, was halt schwierig zu schätzen ist, wann geht das sozusagen los. Wenn es dann aber richtig losgeht, dann ist es relativ einfach zu sagen, wie der Verlauf sein wird. Das ist halt so, dass nach allen Erkenntnissen aus Modellierungsstudien das so kommen wird, wie in Großbritannien auch und in Dänemark auch. Es wird immer mal so auch ins Feld geführt, dass ja hier auch in Dänemark und auch in Großbritannien eine andere Situation herrscht, was das Kontaktverhalten angeht und die Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Aber die Modellierungsstudien, die jetzt zum Beispiel vorliegen für Großbritannien, die berücksichtigen auch eine Antwort dieser Art und sind dennoch relativ besorgniserregend, weil eben zwei Faktoren zusammenkommen. Einmal ist diese Omikron-Variante sehr viel dynamischer in der Ausbreitungswahrscheinlichkeit, also in der Transmissibilität, das heißt, wie wahrscheinlich angesteckt wird und dann halt dieser Immun-Escape. Das sind zwei Komponenten. Und man muss halt so, wie das sage ich halt sehr oft, man muss sozusagen die Wirtspopulation aus Sicht des Virus betrachten. Das Virus sieht halt 20 Prozent geboosterte Leute, wo halt zum Beispiel so eine Übertragungswahrscheinlichkeit reduziert ist. Aber wie Sandra Zizek eben auch sagte, das dauert nicht sehr lange an und fällt dann sehr schnell und dann eben auch die restliche Bevölkerung, die einfach sozusagen aus Sicht des Virus da ist zum Übertragen, weil die halt, weil sozusagen die erste und zweite Impfung praktisch nicht wirksam sind, was die Ausbreitungsdynamik angeht. Und so ist es tatsächlich so, dass man, wenn man jetzt die UK-Situation und die Modellierungsergebnisse da sieht, trotz Maßnahmen, die ergriffen werden in diesen Modellstudien, je nachdem, welche Parameter man da einsetzt, doch sehr hohe und sehr zeitlich umrissene Infektionszahlen bekommt. Also von 400.000 bis 700.000 täglichen Neuinfektionen ist da die Rede, trotz Maßnahmen. Das heißt, das ist sozusagen diese Kategorie, in der wir uns bewegen. Um das abzuschließen, haben wir mal irgendwann, also auch letztes Jahr mal so hypothetische Rechnungen gemacht, wie sich ein Virus ausbreiten würde, das sich sozusagen frei bewegt. Also mit einer Reproduktionsrate, die auch Omikron hat oder Delta, damit man ungefähr abschätzen kann, wie das läuft. Und man muss dann halt zum Beispiel in Großbritannien damit rechnen, das lässt sich sicherlich auch auf Deutschland übertragen, dass halt dieses Virus nochmal zwischen 30 und 40 Millionen Menschen infizieren wird. Bisher gibt es ja vor allem absolute Angaben zur Verbreitungsgeschwindigkeit, also Verdopplungszeit zwei bis drei Tage, die ja aber auch von den ergriffenen Maßnahmen abhängen. Gibt es denn schon relative Angaben? Also zum Beispiel, um wie viel Prozent liegt der R-Wert bei Omikron jetzt höher als bei Delta? Also ein gutes Maß ist halt diese Verdopplungszeit, weil die lässt sich letztendlich in den R-Wert übersetzen. Der R-Wert ist aber natürlich auch, genau wie die Verdopplungszeit, abhängig von Maßnahmen, die ergriffen werden. Aber ein Faktor 3, 4 in der Verdopplungszeit ist ziemlich immens. Und da stecken aber halt auch diese Dinge drin, dass zum Beispiel eine wenig Immunwand in der Population besteht. Man kann das auch natürlich beeinflussen, halt durch Maßnahmen, Masken und die ganzen Maßnahmen, die wir halt immer diskutieren. Aber da lässt sich sehr schwer einschätzen, wie stark das bei Omikron wirken wird. Also man kann grob abschätzen, wie stark zum Beispiel Kontakte reduziert werden müssten, wenn man das isoliert betrachtet. Aber das muss man als Ganzes betrachten und da sind eben noch keine Ergebnisse wirklich da. Ja, jetzt wurde ja entschieden, dass die Testpflicht bei Geboosterten bei 2G ausgesetzt werden kann. Wie schätzen Sie das ein? Und warum ist das kritisch zu bewerten? Ich kann ja mal anfangen. Ich finde das nicht gut, weil ich glaube, wir brauchen bei Omikron, das hat der Dirk Brockmann auch eben schön dargestellt, jede Käsescheibe in unserem Modell, die wir nutzen können, um das zu verlangsamen. Und jetzt auf eine dieser Sicherheitsstufen, Käsescheiben zu verzichten, ist nicht klug. Gerade in bestimmten Kontexten. Zum Beispiel, wenn man ans Krankenhaus denkt, da gibt es immer mehr Kollegen oder Kolleginnen, die einen Partner zu Hause haben, ein Kind zu Hause haben, was infiziert ist. Und die gehen ja dann als geimpft und geboostert weiter zur Arbeit, was auch erforderlich ist. Und wenn die sich zum Beispiel nicht mehr testen lassen müssen, dann ist die Gefahr, dass in Alten- und Pflegeheimen und auch in die Krankenhäuser diese Infektionen eingetragen werden. Einfach da. Und die Gefahr, dass ganz viele vom Pflegepersonal oder von den Mitarbeitern im Gesundheitswesen auf einmal erkranken und es da zu Engpässen kommen kann, weil eben der Schutz nicht so gut ist vor einer Infektion wie bei den anderen Varianten. Und deshalb möchte ich da noch mal dringend vorwarnen, vor allen Dingen in diesen Kontexten darauf zu verzichten, auf das Testen, weil das einfach ein ganz wichtiges Tool ist, um das gut zu erkennen und uns abzusichern. Und ich möchte auch noch mal betonen, dass auch eine Booster-Impfung kein hundertprozentiger Schutz ist vor einer Infektion. Ich habe auch Personen gesehen, die waren geboostert, ein paar Wochen und haben sich trotzdem infiziert und weitere angesteckt. Das muss einem immer klar sein. Im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird, lassen Sie sich boostern und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so. Also wenn Sie Kontakt haben mit Risikogruppen, muss man trotzdem weiter vorsichtig sein und nicht sich in falscher Sicherheit rücken. Ja, dann bleibe ich mal direkt bei den Impfstoffen. Für die Dreifach-Impfung mit BioNTech gibt es ja Daten, die auf eine Schutzwirkung gegen Omikron hinweisen. Wie ist die Lage bei Moderna? Gibt es da auch schon Daten, wie sich da eine dritte Impfung verhalten könnte? Also von uns, wir hatten halt zweifach Moderna-Geimpfte, die dann aber einen BioNTech-Booster bekommen haben, weil das, ja, das waren halt Kollektive aus Krankenhäusern und da wurde BioNTech am Anfang verwendet zum Boostern. Deswegen haben wir nicht Daten zu dreimal Moderna, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass die Unterschiede da groß abweichen, um viele Faktoren zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das Herr Neumann-Hevelin sieht. Würde ich genauso einschätzen, auch wenn mir selber keine neuen Daten zu Moderna bekannt sind. Ja, und Herr Ugo Schahin von BioNTech hätte wohl gesagt, gegen Omikron sollte man am besten sich schon nach drei Monaten boostern lassen. Was halten Sie denn davon, Herr Neumann-Hevelin? Ja, die Daten, die Frau Ziesek schon angesprochen hatte aus ihrem Labor, sprechen ja stark dafür, dass sozusagen nach zweifacher Impfung der Schutz vor Omikron eben doch bald nachlässt und nach sechs Monaten von dem Schutz vermutlich nicht mehr viel übrig ist. Deshalb ist es sicher sinnvoll, die Boosterung mit der dritten Dosis früher als sechs Monate zu geben. Da gibt es ja sozusagen einzelne Empfehlungen, schon ab vier Wochen die Boosterung durchzuführen. Das fühlt sich sehr früh an als Immunologe. Ich würde denken, dass irgendwas im Zeitraum um die drei Monate nach der Zweitimpfung ein sinnvoller Zeitpunkt wäre. Es ist natürlich aktuell, beruht diese Annahme auf sehr viel Theoretischem, aber das denke ich wäre sinnvoll. Aktuell muss man ja sagen, ist sozusagen für ein noch früheres Boos dann auch gar kein Impfstoff da. Genau, das wollte ich noch sagen. Also ich finde das korrekt, was Herr Neumann-Hevelin sagt, ist genau richtig. Aber wir haben halt gar nicht genug Impfstoff, wie auch gestern bekannt wurde. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass man da auch noch mal guckt, wen man vielleicht priorisiert bei der Boosterung. Also Ältere oder Leute mit sehr vielen Kontakten, mit sehr vielen Risikokontakten, sollten auf jeden Fall nicht zögern, sich wustern zu lassen. Ein paar Fragen zur Hospitalisierung beziehungsweise zum Krankheitsverlauf. Kann man denn schon seriös angehen, wie viel Prozent der Omikron-Infizierten in Österreich oder Deutschland ins Krankenhaus müssen und wie viele auch einen schweren Verlauf erleiden? Kann man dazwischen irgendwas sagen? Nee, also die Dänen haben gestern Daten rausgegeben. Da war es so, dass die Hospitalisierungsrate bei Delta 0,7 Prozent ist und bei Omikron mit 0,8 Prozent angegeben wird. Also, sage ich mal, in einem ähnlichen Range liegt auf jeden Fall nicht viel geringer wahr. Diese Daten sind aber auch noch mit großer Unsicherheit behaftet, weil es sehr wenig, also sehr geringe absolute Zahlen sind. Und für Deutschland und Österreich ist das noch deutlich zu früh, da irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Und das ist natürlich auch bei so geringen Zahlen immer stark abhängig von den Menschen, die infiziert sind, wie alt sind, die wie vorerkrankt sind. Deswegen kann man da seriös noch nichts sagen. Und dann gibt es also die Berichte, dass eventuell mehr Kinder ins Krankenhaus müssen durch eine Omikron-Infektion. Weiß man da mittlerweile schon mehr? Ich weiß nicht, ob da jemand anders was zu sagen kann. Also, ich weiß da nicht mehr. Ich kann nur sagen, ich habe auch schon in Deutschland Kinder, Kleinkinder gesehen, die infiziert waren, die aber asymptomatisch waren. Also, das ist jetzt nicht so, dass jedes Kind im Krankenhaus landet. Das kann ich sagen. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen, was da wirklich dran ist und was die Ursachen dafür sind, was da berichtet wurde. Ich glaube, auch dafür ist einfach die Variante noch zu neu. Und das ist ja auch mit ein Grund, dass es noch so viele Variablen und Unbekannten gibt, dass, glaube ich, jetzt wirklich sinnvoll ist, die Zahlen möglichst gering zu halten, aktuell noch viel zu testen, wie schon angesprochen, die Regeln einzuhalten, so schnell wie möglich zu boostern. Und erst wenn wir da neue Daten bekommen, auch zu den Verläufen bei den Kindern, kann man, glaube ich, wirklich zuverlässige Empfehlungen hier geben. Und dann vielleicht auch in näherer Zukunft eine Impfempfehlung für Kinder allgemein treffen. Aber da fehlen aktuell einfach die Daten noch dazu. Ist es denn eigentlich mittlerweile schon sicher, dass Omikron aufgrund seiner genetischen Struktur ansteckender ist als Delta? Oder ergibt sich der Ausbreitungsvorteil, den man jetzt sehen kann, eigentlich durch den Immun-Escape? Ich kann gerne was dazu sagen. Also aus verschiedenen Richtungen spricht vieles dafür, dass sozusagen Omikron per se ansteckender ist als Delta. Da gibt es sozusagen die genetischen Analysen, die phylogenetischen Analysen, die dafür sprechen. Es gibt sozusagen populationsepidemiologische Argumente, die dafür sprechen. Wenn man das zum Beispiel vergleicht, wie es sich in verschiedenen Gruppen der Bevölkerung ausbreitet, das ist relativ gesichert, dass das tatsächlich so ist. Und hinzu kommt halt diese Immun-Escape-Komponente, die das sozusagen nochmal multipliziert. Das sind alles Faktoren, die da reingehen. Aber wenn ich sozusagen hypothetisch das rausnehmen würde, könnte ich allein durch den Immun-Escape diese Wachstumsraten nicht erklären. Also diese Faktoren, die da entstehen. Das heißt, das spricht eigentlich alles dafür, dass das Ding an sich leichter übertragbar ist. Und kann man schon absehen oder berechnen, wann Omikron sich voraussichtlich als dominierende Variante in Deutschland durchsetzen wird? Wir können das noch nicht. Wir arbeiten da dran. Und verschiedene Modellierungsgruppen, die sich damit beschäftigen, arbeiten auch da dran. Ich kann jetzt sozusagen basierend auf dem, was ich weiß aus Großbritannien und Dänemark sagen, dass das sehr schnell passieren kann. Also gerade die Modellierungsstudie aus UK, die sehr detailliert ist, hat relativ stabil vorhergesagt, dass das jetzt in UK sehr schnell passieren kann. Und ich nehme an, also die Frage, die jetzt so ein bisschen eigentlich im Raum steht, ist, wie stark zirkuliert das schon in Deutschland? Und das ist halt bei so einem exponentiellen Wachstum in der Verdopplungszeit, alle zwei Tage kann das dann sehr, sehr, sehr schnell passieren. Aber wann, kann ich nicht sagen. Ja, Entschuldigung, ich war hier gerade rausgeflogen. Tut mir leid, das ist mir auch noch nicht passiert. Ich mache jetzt einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Ich habe leider die letzten Sekunden nicht mitbekommen. Genau, hier gab es nämlich noch eine Frage an Sie, Herr Brockmann. Die Aussage 30 bis 40 Millionen Infizierte in Deutschland durch Omikron bezog sich nur auf die Hypothese, dass das Virus frei laufen kann, oder? Oder doch generell trotz Schutzmaßnahmen? Gut, das war dann vielleicht so ein bisschen missverständlich. Das waren bezüglich der Population in UK. Also das ist aber immer noch halt 50 Prozent der Bevölkerung. Und zwar in einem Zeitraum von Dezember bis April. Und sowas kann man natürlich auch auf Deutschland übersetzen, weil die UK-Studie ja auch berücksichtigt, dass in diesem Zeitraum Maßnahmen wie Masken tragen, Schulschließungen etc. und andere Dinge mit eingerechnet sind. Aber dass man eben damit rechnen muss, dass weil halt so wenig immunologische Gegenwehr da ist in der Bevölkerung, dass man mit diesen Zahlen rechnen muss. Wenn halt zum Beispiel in Großbritannien vier bis siebenhunderttausend Menschen jeden Tag infiziert werden, dann in diesem Zeitraum landet man dann halt bei 30 bis, ich muss noch mal nachschauen, 20 bis 34 Millionen Menschen, die damit infiziert werden in Großbritannien. Das ist etwa 50 Prozent der Bevölkerung. Und ganz grob über den Daumen gepeilt kann man das dann halt auch auf Deutschland übersetzen. Es wäre ja eher ein Wunder, wenn das dann eben nicht so ist. Eine Frage, die ich gerne auch an alle stellen würde zu Maßnahmen. Welche Maßnahmen sollte man denn jetzt ergreifen, um Omikron noch zu stoppen? Oder kann man das überhaupt noch stoppen? Alle sind sprachlos. So eine wichtige Frage. Soll ich dazu noch was sagen? Also was meine Einschätzung aus der infektionsdynamischen Sicht ist, wenn wir jetzt zurückdenken mal an die erste Welle, das ist ja sehr verwandt, also dynamisch verwandt, weil da kam sozusagen das Virus, hatte eine bestimmte Übertragbarkeit, einen bestimmten R-Wert, und es sind Maßnahmen ergriffen worden in dem ersten Lockdown, die sehr synchronisiert und sehr vehement waren, die dann letztendlich die Welle gebrochen haben. Aber von einer Virusvariante, die nicht sozusagen diese Dynamik hatte, also nicht so übertragbar war. Das hat funktioniert, aber es waren massive Einschränkungen, die passiert sind. Man kann es noch nicht abschätzen, ob das überhaupt funktionieren kann bei Omikron. Also ich erinnere nur daran, wir haben damals Mobilität gemessen und ähnliche Faktoren, die sozusagen gezeigt haben, wie stark sozusagen das Land runtergefahren wurde. Also Stichwort 60 Prozent Mobilitätsreduktion, 90 Prozent Mobilitätsreduktion über lange Entfernungen. Das war sozusagen stillgelegt. Und das hat die damalige, den Wildtyp quasi in die Knie gezogen und in relativ kurzer Zeit den R-Wert dieses Wildtyps unterschwellig gedrückt und dann war die erste Welle gebrochen. Wenn ich jetzt aber diesen Wildtyp mit Omikron vergleiche, müsste halt ungleich mehr passieren, um das Ding überhaupt zu entschleunigen oder zu brechen. Also ich bin da relativ pessimistisch, dass man sozusagen mit Maßnahmen das Ding so brechen kann, wie in der ersten Welle. Die Hoffnung halt besteht darin, das zeitlich hinaus zu zögern. Damals haben wir ja auch schon von über flatten the curve gesprochen, weil ja kein Impfstoff da war und so. Das heißt, man kann die Dynamik nur entschleunigen und so ein bisschen muss das jetzt das Mindset werden, denke ich, für die nächsten Monate, dass man sozusagen, wie Sandra Zizek das sagte, wie auch übrigens die WHO das gestern gesagt hat, dass man echt alles machen muss, damit halt möglichst wenig Schaden entsteht. Aber zu stoppen ist es nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Würde mich gerne irren, aber das halte ich basierend auf dem, was ich weiß, für ausgeschlossen. Ja, ich kann dem nur zustimmen. Ich halte das auch für ausgeschlossen. Ich kann nur daran appellieren, möglichst alle Tools zu benutzen, die wir haben, um das ein bisschen abzubremsen. Und ich kann nur allen empfehlen, einfach wirklich zu hoffen und zu beten, dass die, das war ja auch schon gefragt, Case Fertility Rate doch eine andere ist bei dieser Variante. Das wissen wir ja noch nicht. Und hoffen, dass das vielleicht doch geringer sein wird. Und ich denke, man darf jetzt einfach in bestimmten Bereichen vor allen Dingen nicht nachlässig werden. Und man muss auch überlegen, dass gerade im Gesundheitssektor, also bei mir Kollegen, aber auch in den Alten- und Pflegeheimen schon August, September geboostert wurde. Das heißt, die werden auch bald wieder ohne großen Schutz vor einer Infektion dastehen. Und was dann, wenn das da eingetragen wird und wir das nicht geschützt haben, passiert, das kann im Moment keiner abschätzen. Deshalb ist da auch mein dringender Appell, wirklich weiter die AHL-Maßnahmen ganz streng anzuwenden und zu testen. Und wie gesagt, wir müssen jetzt einfach gucken, bis die Daten zur Pathogenität und wie dann wirklich die Verläufe sind, ein bisschen stabiler sind. Und bis wir das wirklich einschätzen können, versuchen, das zu entschleunigen zumindest. Entschuldigung, bitte. Ich wollte mich da auch nur noch mal anschließen. Ich glaube, wir wissen noch wenig über die neue Variante. Wir haben wenig Spielraum zu experimentieren und auch zu hoffen, dass alles so schlimm wird, weil die Intensivstationen sind voll mit 5000 Covid-Patienten. Wir haben aktuell wieder fast 500 Todesfälle pro Tag. Das heißt, wir können uns da nicht viel Experimente erlauben. Deshalb eigentlich der schwere Appell an alle Beteiligten, aber auch an jeden Einzelnen, wirklich sehr vorsichtig zu sein. Ich habe heute Morgen auch noch den Satz gelesen, dass eigentlich nicht die Zeit ist, jetzt noch auf mehr Daten zu warten, sondern dass man jetzt handeln müsse. Heißt das eventuell auch, dass man über den Lockdown noch mal nachdenken sollte, wenn jetzt vielleicht auch die Zahlen wieder anfangen zu steigen? Also falls sie wieder steigen sollten? Und was wäre eine mögliche Zielmarke? Also, ja, natürlich. Man muss über alles nachdenken, aber nicht so lange. Und wir haben ja jetzt alle hier gesagt, okay, Hoffnung ist nicht so richtig die Karte, auf die man setzen sollte. Vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, jetzt wirklich antizipatorisch mal zu denken und gegebenenfalls sogar ein Worst Case anzunehmen. Weil, wenn man das annimmt und abgeleitet davon kluge Entscheidungen trifft, ist es ja, wenn nicht der Worst Case eintritt, hat man vielleicht zu viel getan, aber man hat das Schlimmste dann abgewendet, statt sozusagen dann halt immer auf Hoffnung zu setzen, dass es jetzt vielleicht so läuft oder vielleicht haben wir Glück und das passiert so und so. Ich glaube, da sind wir jetzt in der vierten Welle. Wenn jetzt Omikron kommt, ist das sozusagen dann die fünfte, dass man da dann vielleicht eher so auf antizipatorisch kluges Verhalten setzt, aber schnell handelt. Und wenn man halt nicht genau weiß, was die Case Fatality Rate ist, dann muss man halt davon ausgehen, dass es halt nicht gut ist und danach handeln. Weil dann hat man am Ende vielleicht zu viel getan, worauf ich mich tatsächlich auch fürchte, ist, dass eine Kaskade von Events und Ereignissen stattfindet, die wir noch gar nicht so mit eingerechnet haben. Also wenn Omikron sich so ausbreitet, wie das zum Beispiel für Großbritannien prognostiziert wird, mit sehr vielen Fällen gleichzeitig, dann ist ja auch Krankenhauspersonal etc. und diese ganze Maschinerie, die sozusagen alles zusammenhält, sind ja dann betroffen. Und dann können Kaskaden von Dingen passieren, die wir noch gar nicht auf der Kette haben, um das mal so zu sagen. Und deshalb ist es klug, wirklich alles zu machen und auch nicht so lange zu debattieren, was notwendig ist. Man sieht es ja auch in Großbritannien und in Dänemark wie ernst das genommen wird, um halt diesen Verlauf von Omikron also zeitlich zu verzögern, also dieses klassische Flatten the Curve zu machen, sodass zu jedem Zeitpunkt die Belastung minimiert ist. Und das muss halt geschehen, denke ich. Ja, ich würde da gerne noch ergänzen. Also ich finde, Dänemark ist da wieder ein gutes Beispiel, wie schnell die gehandelt haben und wie schnell die, nachdem sie ihren Freedom Day ausgerufen haben, jetzt doch wieder deutliche Beschränkungen eingeführt haben. Zum Beispiel, dass das Nachtleben geschlossen wurde, dass Versammlungen mit mehr als 50 Personen nicht mehr gestattet sind. Das ist, glaube ich, wirklich ein, das ist ein gutes Beispiel für schnelles Handeln dort. Und ich glaube, was jeder Einzelne machen kann, ist immer wieder zu prüfen, ob man auf Veranstaltungen gehen muss oder diese Kontakte reduzieren kann und da einfach seinen Beitrag auch leisten kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in der Bevölkerung zum einen natürlich keine Lust mehr ist und keiner mehr Lust hat auf die Pandemie, inklusive, glaube ich, uns Vieren. Das geht ja uns nicht anders. Aber auch, dass das gar nicht so wahrgenommen wird und das Leben außerhalb jetzt unserer Fächer oft ganz normal ist und auch gar nicht so, dass in der Presse verfolgt wird und dann vielleicht der Eindruck entsteht, alles sei vorbei mit den zwei Impfungen. Und das ist leider nicht so. Deswegen kann man nur bitten, dass alle prüfen in den nächsten Wochen, ob sie wirklich Kontakte haben müssen, Veranstaltungen besuchen müssen oder ob man darauf verzichten kann bis nächsten Frühjahr-Sommer. Herr Brockmann, vielleicht eine Frage an Sie. Im vergangenen Jahr bestand durch die Feiertage und das dann bis in den Januar hinein kein solider Überblick über das Infektionsgeschehen. Ist Ihnen bekannt, ob für diesen Jahreswechsel Vorkehrungen getroffen wurden, damit man ein besseres Bild darüber hat? Ist mir nicht bekannt. Ich kann es mir aber vorstellen. Ja, und wie ist Ihr Eindruck? Also wie gut hört die Politik gerade auf die wissenschaftlichen Warnungen, wirklich alles zu tun? Herr Neumann-Heflin? Also ich glaube, zumindest der Versuch ist erkennbar, dass die Politik sich eine Expertenmeinung jetzt einholt, auch mit dem neu gegründeten Expertengremium. Und ich glaube, was da wichtig ist, auch gerade im Hinblick vielleicht auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage, dass dort wirklich eine Empfehlung getroffen wird, was passieren soll, wenn der Worst Case eben eintrifft, dass dann sozusagen auch ein Rat da ist und damit die Handlungsfähigkeit über die Feiertage einfach gegeben ist und die Politik sich dann auch, sagen wir, auf fundierte Empfehlungen berufen kann. Ich glaube, das ist noch eine wichtige Aufgabe, jetzt an das Gremium vor Weihnachten. Ich glaube, es ist für uns schlicht abschätzbar als Außenstehende, ob das die Politik auf das Gremium hört oder sie nur benutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Kann ich nicht beurteilen, muss ich sagen. Also politisch muss ein Plan vorgelegt werden. Was passiert, wenn? Also zum Beispiel, was passiert, wenn bis Januar Omikron dominant ist in Deutschland? Was passiert dann? Also das heißt, ein Notfallplan. Also ein Plan, was passiert in der und der und der Situation? Also es müssen Szenarien, die wahrscheinlich sind, vielleicht auch manche, die eher unwahrscheinlich sind, müssen aufgedröselt werden. Dann muss man das aufschreiben und dann muss klar definiert sein, was dann passiert. Also das ist ja sozusagen antizipatorisches Handeln. Also ich nehme halt meine Zahnbürste mit in den Urlaub, weil ich weiß, dass ich mir dann die Zähne putzen will. Und wir müssen, und ich fahre nicht in den Urlaub und kaufe mir dann da eine Zahnbürste sozusagen. Also wir müssen halt antizipatorisch, muss die Politik handeln und nicht reaktiv. Und das ist bei Omikron eigentlich dadurch, dass es so von der Dynamik her so einfach ist und so dominant ist, also wie wir das in UK und Dänemark sehen, wenn das losgeht, dann geht das los. Dann wird auch keine Jahreszeit in irgendeiner Weise helfen oder andere Dinge, von denen man irgendwie die Hoffnung hat, dass es vielleicht dazu führt, dass das anders laufen wird in Deutschland. Es wird nicht anders laufen. Und das würde mich jedenfalls sehr überraschen. Und deshalb kann man antizipieren, was passiert, wenn Omikron übernimmt. Und was dann passiert, wenn täglich 3.000 bis 4.000, 5.000 Leute hospitalisiert werden. Also da muss man halt einen Notfallplan haben. Ja, aktuell ist ja die Strategie der Politik eher auf die Booster-Kampagne, sich zu konzentrieren. Aber ist es nicht im Blick mit auf Omikron noch viel wichtiger, sich darauf zu konzentrieren, die letzten 25 Prozent der Ungeimpften zu erreichen? Da diese ja nach aktuellem Stand vor allem die schweren Verläufe haben werden. Ja, aber selbst wenn die sich heute alle impfen würden, bis die Impfschutz hätten, das würde ja Wochen dauern. Das ist einfach, das reicht nicht. Es reicht auch, sich nicht auf die Booster-Kampagne zu konzentrieren. Das wird auch nicht reichen, meiner Meinung nach. Und man muss halt immer schauen, dass wenn Sie einen boostern, hat er nach einer Woche, zwei Wochen wieder einen guten Schutz. Wenn Sie mit einer Neuimpfung anfangen, dann dauert das viele Wochen, bis die Person einen Schutz aufgebaut hat. Das ist natürlich genauso wichtig. Aber es reicht nicht, sich darauf zu konzentrieren, weil es einfach viel zu lange dauert, dass das Virus viel schneller. Vielleicht auch noch mal eine etwas spezifischere Frage an Sie, Frau Ziel. Können wir vor Weihnachten noch mehr Daten über eine neue an Omikron angepasste Empfehlung für Antigen-Schnelltests erwarten? Sie hatten für drei Tests anscheinend schon grünes Licht gegeben. Das waren aber nicht diejenigen, die insgesamt in der Untersuchung des Pi am besten abgeschnitten hätten. Also es gibt sicherlich Gruppen, die darauf arbeiten und da weitere Untersuchungen durchführen. Das macht jetzt unser Labor nicht. Wir haben einfach nur an dem Tag, wir hatten ja direkt an dem Tag, wo die Variante bekannt wurde, dann auch ein Fall und haben einfach ganz pragmatisch die Tests getestet, die wir da hatten im Klinikum. Und das ist jetzt aber, sage ich mal, nicht unser Schwerpunkt, Antigen-Tests zu untersuchen. Aber ich bin mir sicher, dass das andere tun und dass wir da bald Ergebnisse bekommen. Und noch eine Frage zu den Impfstoffen vielleicht an Sie, Herr Neumann-Hevelin. Wäre es angesichts des unerwartet schnellen Aufkommens neuer Varianten vielleicht auch besser, sich auf Impfstoffe zu konzentrieren, die eine breitere, vielleicht auch C-Zell-basierte Immunantwort auslösen können? Also es wäre sicher gut, dort die Bemühungen zu stärken, dass sozusagen neue Impfstoffe auch zur Zulassung letztendlich kommen, die sich gegen andere Proteine und nicht nur gegen das Spike-Protein richten. Aber auch da muss man natürlich sagen, das ist ein Prozess, der wird dauern. Das wird jetzt aktuell gegen die Ausbreitung von Omikron nicht mehr helfen. Aber es ist ein Punkt, der, ich sage jetzt mal, perspektivisch, sagen wir, für die nächste und übernächste Welle, die ja dann doch auch kommen werden, wenn auch hoffentlich irgendwann nicht mehr mit der Einschlagkraft, ist das sicher für die Entwicklung der Impfstoffe wichtig. Es gab auch, ich habe noch eine Frage bekommen zu der Entstehung der Mutation. Ich frage sie mal einfach. Es wird anscheinend, also es kam von einer Journalistin, die geschrieben hat, in ihrer Leserinschaft wird immer wieder diskutiert, ob auch Impfungen Mutationen begünstigen könnten. Besonders dann, wenn große Impflocken bestehen und der Impfstoffübertragung nicht komplett verhindert. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Das ist vermutlich eher nicht der Fall, sondern vermutlich oder begünstigt wird die Entwicklung von Mutationen immer dann, wenn das Virus relativ lang in einem Patienten ist und sozusagen Zeit hat, um zu mutieren. Das ist eigentlich eher der Fall, wenn der Impfschutz eben schlecht war, also bei Ungeimpften und weniger bei Geimpften. Also insofern kann man diesen Zusammenhang, glaube ich, nicht herstellen. Und also welche Umstände begünstigen die Entstehung von Mutationen vor allem und kann man sich darauf in Zukunft vielleicht auch besser vorbereiten? Können Sie dazu was sagen? Also begünstigt wird die Entstehung von Mutationen, wie gesagt, bei Patienten, die eine lange Infektionszeit aufweisen. Das sind unter anderem Immungeschwächte oder auch Patienten, die mit immunsuppressiven Medikamenten behandelt werden. Das ist ja deshalb eine spezielle vulnerable Gruppe, die schon von Anfang an bevorzugt geimpft wurde und wo es jetzt eben auch wichtig ist, dass die Booster-Impfungen aktuell wirklich alle komplett werden und auch in Zukunft darauf geachtet wird, dass weitere Boosterungen stattfinden. Einfach weil bei diesen Patienten die Antikörper Titer, wenn sie dann erstmal gebildet wurden, was häufig eher drei als zwei Impfdosen erfordert, diese dann auch schneller abfallen als bei ansonsten immunkompetenten Menschen. Inwiefern sehen Sie Medikamente, die vielleicht zum Beispiel die Pille von Pfizer oder auch die monoklonalen Antikörper, die es gibt, als zukünftige, als Hoffnung oder als Möglichkeiten auch gegen die Krankheitsverläufe oder gegenzusteuern oder Menschen zu therapieren? Frau Zizek, verwenden Sie die monoklonalen Antikörper noch und sind die noch gegen Omikron wirksam? Also wir haben ja vor allen Dingen Regeneron, das ist eine Kombination aus Casirivimab und Imdivimab und der ist nicht wirksam gegen Omikron. Trotzdem haben wir im Moment vor allen Dingen eine starke Deltawelle und da funktioniert das sehr gut, muss man sagen, wenn man das frühzeitig gibt und den Risikogruppen gibt. Deswegen, ja, sie werden noch angewendet. Es gibt neuere Antikörper, die auch bei Omikron wahrscheinlich eine Wirksamkeit haben. Da gibt es schon Daten zu und man kann davon ausgehen, dass die beiden antiviralen Medikamente, also Paxlovid zum Beispiel, nicht beeinträchtigt werden von den Mutationen Omikron, weil die sind ja im Spike und die Wirksamkeit, der Mechanismus ist ein ganz anderer. Da, wo die ansetzen, diese Medikamente, da sind kaum Mutationen. Da ist jeweils bei beiden Medikamenten, also bei Molnupiravir und bei Paxlovid, glaube ich, nur eine Mutation in diesem Enzym, sodass man da nicht erwarten würde, dass es zu einer Einschränkung kommt. Für Molnupiravir werden wir da bis Ende der Woche auch Daten haben aus Frankfurt. Für Paxlovid wird sicherlich die Firma bald auch veröffentlichen, aber es ist nicht zu erwarten. Das ist der große Vorteil dieser Medikamente. Die sind aber auch kein Ersatz für eine Impfung, muss man sagen. Man muss die sehr, sehr früh nehmen. Die haben auch Nebenwirkungen, haben Kontraindikationen und Wechselwirkungen. Und ich würde mich da nicht darauf verlassen und auf eine Impfung verzichten, sondern die sind genauso wie Christoph Neumann-Heveling gerade sagte, vor allen Dingen für bestimmte Risikogruppen und Patienten natürlich wichtig, dass es das gibt, wenn die selber keinen Impfschutz aufbauen können, aber für die, sage ich mal, Durchschnittsbevölkerung im Moment keine Alternative. Hier nochmal eine etwas spezifischere Frage an Sie, Herr Borgmann, denke ich. Wie bewerten Sie den starken Rückgang der Case-Fertility-Rate in Südafrika seit Anfang November? Kann ich eigentlich gar nicht bewerten. Also es ist auch etwas, was nicht so in meine Expertise reinfällt. Hat mich damit, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht beschäftigt. Und müsste ich mir genauer angucken, kann ich leider nicht beantworten, die Frage. Oder bewerten. Einer der anderen beiden, können Sie, Frau Zizek, oder Sie, Herr Norman-Heveling, dazu was sagen? Ich glaube, was gemeint ist, dass in Südafrika die bei, glaube ich, 3 Prozent lag und jetzt noch bei 0,42 Prozent. Und ich glaube, das ist auch die, daraus beruht diese Aussage, dass das jetzt eine ganz leichte Erkrankung sei und alles ganz positiv sei. Aber ich glaube, man kann das noch nicht abschließend beurteilen, weil, wie gesagt, die südafrikanische Bevölkerung ganz anders zusammengesetzt ist. Das sind ja viel jüngere Menschen und die haben meistens schon eine oder mehrere Infektionen jetzt durchgemacht, sind zum Teil auch geimpft. Und das ist erst mal natürlich ermutigend. Und wie ich schon sagte, ich drücke die Daumen, dass das sich bewahrheitet, dass die Case-to-Tilt-Rate vielleicht niedriger ist bei Omikron, auch bei uns. Aber das wissen wir noch nicht und wir können das nicht bewerten von hier. Da spielen einfach sehr viele Faktoren eine Rolle. Und da müssen wir warten auf Zahlen aus Europa, aus Großbritannien oder aus Dänemark. Die werden wahrscheinlich die schnellsten sein. Herr Neumann-Häfling, noch mal eine etwas spezifischere Frage zu Impfstoffen. Könnten Totimpfstoffe noch schlechter wirken gegen Omikron, da sie weniger gut eine T-Zell-Antwort hervorrufen? Zu den Totimpfstoffen gibt es immer logisch jetzt noch nicht ganz so viele Daten wie zu den mRNA-Impfstoffen. Insofern ist da vorab eine Beurteilung aktuell, glaube ich, noch sehr schwierig. Letztendlich muss man ja sagen, dass das Wirkprinzip sozusagen auf unlogischer Ebene gar nicht so unterschiedlich ist zwischen den sogenannten Totimpfstoffen. Also letztendlich mit dem Spike-Protein, ja sozusagen was fertig gespritzt wird, geimpft wird versus der Variante mit mRNA, wo das Spike-Protein dann eben erst im Körper gebildet wird. Also ich würde per se denken, dass da auch die Wirkung auf T-Zellen ähnlich wie auch auf Antikörper ähnlich ist. Aber ich würde jetzt auch nicht per se davon ausgehen, dass diese Impfstoffe jetzt einen deutlich besseren Schutz zum Beispiel gegen Omikron vermitteln. Insofern, wenn die sogenannten Totimpfstoffe, man muss das immer sehr mit Fragezeichen sehen, weil die mRNA-Impfstoffe sind ja keine Lebendimpfstoffe, also sind eigentlich auch Totimpfstoffe. Wenn die natürlich dazu beitragen, dass sich manche Gruppen, die jetzt noch skeptisch sind, dann impfen lassen, dann ist es gut, dass die Wirksamkeit, wie gesagt, deutlich besser ist, würde ich nicht erwarten. Ich würde hoffen, dass die Wirksamkeit aber auch nicht deutlich schlechter ist als bei den mRNA-Impfstoffen. Gut, vielen Dank. Die Zeit läuft uns leider davon. Ich möchte das Press-Pription gleich beenden mit einer Abschlussfrage. Ja, wie blicken Sie denn so auf die nächsten Wochen? Was ist, denken Sie, ist das Best-Case-Szenario, wie wir das Ganze schaffen können und ja, die nächste Zeit mit Omikron? Vielleicht, Herr Brockmann, mögen Sie beginnen? Ich bin außerordentlich besorgt. Also das ist einfach so als Mensch und halt auch als Person, die sich halt mit dieser Dynamik beschäftigt. Besorgt, weil wir es halt hier mit einer Variante zu tun haben, die halt sehr schnell die Dynamik übernimmt und quasi in eine Wirtspopulation mit wenig Abwehr sieht und hoch ansteckend ist. Und besorgt auch, weil so in der Vergangenheit eben immer nicht schnell reagiert worden ist. Also ein Element, was, glaube ich, alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit diesem Kontext beschäftigt haben, immer betont haben, ist, dass man schnell, früh, schnell und früh reagiert. Dass man dieses Vor-die-Welle-Kommen und so weiter, das wurde ja immer betont. Und meine ganz, ganz, ganz große Hoffnung, die ist vielleicht aber auch unbegründet, ist die, dass halt tatsächlich jetzt, wie schon angedeutet, gesagt wird, was passiert, wenn. Also dass Pläne auf den Tisch kommen, Notfallpläne, was passiert, wenn das kommt. Und das müsste halt außer Politik kommen. Aber ich bin außerordentlich besorgt. Frau Zizig, wie blicken Sie auf die nächste Zeit? Und können wir auch demnächst mit Daten rechnen bezüglich der Pathogenität? Arbeiten Sie da oder arbeitet Ihre Forschungsgruppe auch daran? Naja, die Pathogenitätsdaten wird man ja eher bekommen, indem man die Daten von den Patientenverläufen auswertet. Das wird halt einfach dauern über Wochen oder sogar Monate, bis man da wirklich stabile Zahlen hat. Und ich sehe das so ähnlich wie Dirk Brockmann. Also ich bin auch sehr besorgt, weil ich es im Moment noch nicht komplett einschätzen kann. Alle Zeichen, die man so bekommt, gerade mit dieser schnellen Verdopplungsrate, sind eigentlich, sage ich mal, nicht günstig. Und die Fahnen stehen auf rot oder sind halt so, dass man Aufmerksamkeit haben sollte und jetzt dagegen vorgehen sollte. Und ich habe bisher nicht das Gefühl, dass das in Deutschland so umgesetzt wird, in diesem Moment, gerade wo gestern zum Beispiel die Testpflicht für Gebußerte noch abgeschafft wurde. Und das macht mir so ein bisschen Sorge. Wie gesagt, mein einziger Lichtblick ist, dass ich hoffe, dass die Case Fatality Rate vielleicht wirklich niedriger sein wird. Wobei ich das auch jetzt rein anekdotisch aus den Fällen, die ich selber gesehen habe von Omikron-Patienten, nicht das Gefühl habe, dass sich das jetzt groß unterscheidet von einer anderen Infektion. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Bauchgefühl. Aber man darf ja auch mal hoffen in der Weihnachtszeit. Ja, Herr Neumann-Heferlin, haben Sie auch Hoffnung? Ja, ich bin zunächst auch besorgt, weil ich denke, dass bis Mitte Januar sich vermutlich Omikron doch durchsetzen wird und die Infektzahlen nochmal deutlich in die Höhe schnellen werden. Ich hoffe, dass jetzt die Erst- und Zweitimpfung, aber auch die Booster-Impfung vorangehen. Und darüber hinaus, jeder Einzelne sozusagen vernünftig ist, die Kontakte gering hält. Ich hoffe, dass die Politik sozusagen Antworten findet auf den Worst Case, wenn eben auch die Krankenhausbelegung weiter hochgeht. Und ich hoffe, dass am Schluss sich zeigt, dass Omikron eben nicht so schwere Krankheitsverläufe macht. Aber sich darauf zu verlassen wäre, glaube ich, sozusagen sehenden Augens in die Katastrophe zu laufen. Deshalb appelliere ich, wie gesagt, an die Vernunft aller Beteiligten. Ich danke Ihnen vielmals. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier die vielen Fragen zu beantworten. Ich danke auch den Teilnehmenden, die die Fragen gestellt haben und die Diskussion angeregt haben. Wie gewohnt werden wir das Video zu diesem Pressbriefing innerhalb der nächsten Stunden auf unserer Webseite zur Verfügung stellen und auch ein Transkript dazu erstellen, was Sie dann hoffentlich morgen Vormittag auf unserer Webseite finden können. Ja, ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine hoffnungsvollere Adventszeit. Und hoffentlich auch ein schönes Weihnachtsfest, auf das uns Omikron das nicht noch durcheinander wirbelt. Und jetzt erst mal noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.